Aufwachen, ihr Schlafmützchen! Es ist wieder Zeit für Let's Pray Metal Gear Solid Ocarina of Time. Zuletzt waren wir in der Stadt unterwegs, haben mal dieses Gefühl auch ausgelebt. Oh, wir sind in der Stadt, erkunden die erstmal. Haben ein bisschen die Zeit verbummelt, haben ein Ei bekommen von einem seltsamen Mädchen. Ich glaube, die mag uns. Und jetzt schleichen wir uns in das Schloss. Und weil ich ein bisschen gebummelt habe, dämmert es schon. Perfekte Konditionen zum Schleichen. Hurra! Auf geht's! Sehr stealth, muss man schon sagen. Da ist ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Sieht das auch süß aus? Das ist kein Küken. Das ist kein Küken. Warum sieht das nicht so aus wie die Tennis-Belle in Majora's Mask? Ja, ne? Aber auf jeden Fall einen kränten Hahn in der Hosentasche zu haben, ist absolut stealth. Stealthiger wird's nicht. Der kriegt auch nix mit. Nö. Das interessiert uns erst später. So. Hier die Schräge hoch. Die haben ein sehr enges Sichtfeld. Vielleicht haben die alle ein bis zwei Augenklappen. Oder eine sehr starke Sehschwäche. Hier schön durch den Schlossgarten. Diesen Opulenten. Ja, gut, dass Slink da klettern kann. In Breath of the Wild wird er ja auch überall rumklettern können, wo er möchte. So. Durch den Burggraben schwimmen. Überhaupt nicht. Unhygienisch. Aber immerhin gibt's Geld dafür. So. Und hier haben wir ein großes Hindernis. Ein Mario mit Halbglatze. Hahaha. Milch frisch abliefern muss mich beeilen. Aha. So sieht Beilen aus. Dafür haben wir ja das Ei bekommen, das jetzt ein Küken ist. Ein sehr großes Küken. Hä, hä, hä. Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Für zwei Tage wohl eher. Ich bin allergisch gegen Hühner. Du bist wie Anjo. Wie heißt die denn hier? Hühnermädchen. Hallo. Wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der Lon Lon Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern, als ich mich kurz ausruhen wollte. Muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Mann, dann sucht nach mir. Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ja doch versprochen. Oh nein. Aber ja. Das läuft nicht gut. Du klingst wie Rudi. Ein bisschen. Das ist mal hier schön. Ah. Ja. Da wird man wach. Nachdem man die ganze Nacht drauf gewartet hat, dass ein Ei schlüpft. Deswegen verpennt Link immer am Anfang von so einem Spiel, damit er einen Grund hat, warum er die nächsten 50 Stunden und 30 Tage, die im Spiel vergehen, nicht einmal schläft und überhaupt kein Problem damit hat. Außer in Ocarina of Time. In Skyward Sword. Da pennt man ja dauernd. In fremden Betten wohlgemerkt. Ja. Oder was dort so als Bett durchgeht. Irgend so eine Mischmaschine mit einem Handtuch drauf. Und er wirft sie auch noch drauf mit Anlauf. Er hat ja Muskeln aus Stahl. Das macht ihm nichts. Ich weiß. Ich weiß. Gut. Warum haben wir das gemacht? Deswegen. Klettern einfach gerne in Abflüsse rein. Hm. Jeder braucht Hobbys. Ist ja zum Glück keine Kloake, sondern hier. Ah. Ein schöner Brunnen. Äh. Ach, weil es Tag ist vielleicht. Nein, eigentlich stehen die nur nachts da rum. Nee, eigentlich nur tags, oder? Wrong. Ich mein nur nachts. Na und wenn man dann da war später, äh, probieren wir mal. Ups. Hier warten wir noch kurz. Ach, weil es schon dämmert. Deswegen stehen die da. Es ist schon Abenddämmerung. Ich glaub, wenn der Hahn kräht, kannst du wieder durch. Das ist noch zu früh. Der hat doch gekräht. Ach echt? Ja. Wenn wir jetzt sehen. Ja. Ah, was kann ich überhaupt? Äh, wir haben es ja extra leise gestellt. Dass der uns nicht sieht durch diese löchrige Hecke. One man sneaking mission. Ja, ich hab hier Octo Camo. Ich stell mir einfach hin, dann mit meinem Holzschild und der grünen Tunika. Ich bin praktisch unsichtbar. Eher one boy sneaking mission. Ein man ist er ja noch nicht. One boy sneaking mission. Oh. Ja. Da kann Martin Luther natürlich nicht widerstehen. Nee, Geld. Geld. Schlaf nicht ein, Junge. Dass dem noch nicht schwindelig geworden ist. Ja, ne? Der müsste schon einen Drehwurm haben. Bei dem Tempo, was der da drauf hat. So. Der wundert sich jetzt auch nicht. Was sind die ganzen Ruine? Oh, du nimmst den. Den spannenden Weg, ja. Willst du true sein? Ja. Liegt überhaupt nicht dran, dass ich immer wieder vergesse, dass die Hecke da unten nicht geschlossen ist. Uh, interessante Figur. Bestimmt der König, oder? Mhm. Mit ein paar Nymphen vielleicht. Oder Weisen. Weisinnen. Oh. Pff. Oh. Ah. Oh. Kunst. Der fruchtbare Moment. So. Link hat's fast geschafft. In der Mitte steht jemand mit einer Toga, oder? Ja. Die Statue. Oh, sind wir ins falsche Spiel gerutscht? Brechen wir jetzt Antonius Villa ein, um Cäsors Testament zu stehlen? Das war eine Referenz an ein Spiel, was fast niemand kennt. Sehr gut gemacht. Leider. Ja. Shadow of Rome spielt es. Liebt es. Naja, zumindest. Einige Teile davon. Die Kämpfe sind manchmal etwas haarig. Ah, wir haben es geschafft. Oh, diese schöne Musik. So. Jetzt natürlich obligatorisch erstmal auf die Easter Eggs hier hinweisen. Oh, Yoshi, oder? Ja, Yoshi, Peach und wir müssten noch Mario und Luigi und Bowser. Luigi ist, glaube ich, neben Bowser, oder? Genau, müssen wir noch weiter nach rechts. Ja, tatsächlich. Boah. Ist neben Yoshi noch was? Ne. Und hier haben wir jetzt auch was Feines. Wir machen jetzt ein bisschen Krawall. Vor allem eine schöne Topfpflanze da. Wie ein typischer kleiner Junge. Ja. Link Simpson. Hey du, mach keinen Ärger. Oh. Ja. Das war jetzt überhaupt nicht übertrieben. Nein. Gar nicht. Ah, so. Zelda ist so vertieft. Die merkt das gar nicht. Sprechen wir sie mal ganz schüchtern an. Nicht erschrecken. Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Oh, was ist das? Das ist... Eine Fee? Dann... Dann kommst du... Kommst du aus dem Wald? Du? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden grünen Stein. Nein. Nun? Hast du ihn dabei? No. Wer könnte da Nein sagen? Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Heilruhe. Doch plötzlich... Durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Heilruhe erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Link. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Link. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Doch. Die Antwort. Doch. Doch. Klar. In Ordnung. Dies ist die Legende. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen. Der es in Händen hält. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Augustus. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Link, wir sind die einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ich glaube kein Wort, was zum Teufel. Welcher herzlose Mensch würde sowas sagen. Ich danke dir. Ich, ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch. Nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Wie sie schreibt. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Hm, Sammlerwert. Ja, und wir können ihn benutzen. Wer hätte es gedacht. Ja, hat jetzt das Küken in unserem Inventar ersetzt. Das ist das Mercedes da. Hat jetzt ein Haus- und Hofküken. Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Okay. Ah. Ah. Da ist sie. Uiuiui. Uiuiui. Ich bin Impa, Überlebende der Shikar. Meine Aufgabe ist, Zelda zu schützen. Alles ist so geschehen, wie es die Prinzessin prophezeite. Direkt auf den Punkt. Hm. Du bist ein tapferer Junge. Die Vorsehung hat dich an diesen Ort geführt. Mir wird nun die Aufgabe zuteil, dich eine Melodie zu lehren, die du nie vergessen darfst. Es ist ein Lied, das die Königsfamilie von Generation zu Generation weitergibt. Ich habe dieses Lied für Prinzessin Zelda gespielt, als sie noch ein kleines Kind war. In den Noten verbergen sich mysteriöse Kräfte. Lausche nun der Melodie. Die Vorsehung hat dich an den Leiden, die du herne, die du herne, die du herne, die du siehst und herne, die du herne, die du herne, die du herne, au rechert. Du hast Zeldas Wiegenlied erlernt. Wenn dich die Soldaten hier finden, bekommst du Ärger. Lass mich dich aus dem Schloss führen. Oh, jetzt zeigt sie uns die geheimen Ninja-Wege. Du tapferer Jüngling, wir müssen Hyrule vor der drohenden Apokalypse bewahren. Na dann. Wenn es sonst nichts ist. Richte deine Augen gen Osten. Dies ist der Todesberg, das Reich der Goron. Sie hüten den heiligen Stein des Feuers. Am Fuße des Todesberges wirst du Kakariko finden. Es ist die Stadt, die ich gegründet habe, um verfolgten Obdach zu bieten. Bevor du zum Berg aufbrichst, solltest du dich mit einigen Bewohnern unterhalten. Das Lied, das ich dich gelehrt habe, besitzt geheimnisvolle Kräfte. Nur Angehörige der Königsfamilie dürfen es erlernen und spielen. Vergiss nicht. Du kannst damit beweisen, dass du in königlicher Mission unterwegs bist. Geh nun. Die Prinzessin und ich warten auf dich und die heiligen Steine im Schloss. Enttäusche uns nicht. Oh. Oh. Toller Abgang. Juhu. Link ist jetzt königlicher Abgesandter. Und wir haben hier einen perfekten Punkt, um aufzuhören, bevor es weitergeht. Wir gehen dann direkt zur Farm, nicht nach Kakariko. Und was Link dort alles erlebt, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Seid gebadet im Segen der Göttinnen, ihr lieben Schäfchen. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir gleich wieder hier. Amen. 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 Ich hatte ja doch versprochen, oh nein, aber ja, das läuft nicht gut. Du klingst wie Rudi. Ein bisschen. Was? Bitte sag doch nicht um mich. Ich genieße eine Minute davon. Lausche nun der Melodie. Ah, dieser Stick. Ich kann mich noch nicht überprüfen. Ich kann mich noch nicht überprüfen. Vielen Dank.